4,44 Meter Platz 4 an David Kriwan S.H. Dalmaß-Bürgle 4,38 Meter So, das war der Startschuss für die 15 Minuten in der Halle Da sehen wir uns gleich schon, wie wir uns kennenlernen, Markus Müller vom Erfurt LHC, vom Team und Philipp Reimer vom NC Jena Ich habe heute schon mit Philipp gesprochen, er meinte, er will heute einfach nur schnell laufen Vor zwei Jahren im Jahr 2015, genau mit dem Willkamp von der Tübinger Landesmesserschaft ist hier seine persönliche Westmessung gelaufen, und zwar nach Spur 4 Mal schauen, ob ich damit nochmal angreifen kann, ob es vielleicht noch ein Tick schmerzen ist Ja und vor dem Philipp sehen wir hier den Markus Müller Letztes Jahr, über diese Strecke, den Vize-Deutscher Meister in Dortmund gewonnen Das eine persönliche Westmessung, ich habe das Interessante, 8,7 Vizur vom NC Jena, Leon Schellenberg, 8,29 Auf Platz 3, Sebastian Häuser Ja und hier sehen wir das von Volkerfans, unter anderem mit Tim Stegas, Franz Wold, Moritz Spau Ja, Franz Wold, letztes Jahr kann man gleich oben erwähnen Fünfter bei der U18 Kugelstoßen der reiblichen Jugend U18 Platz 1, so David Jüringer, Landesmeisterin Katharina Müller, TSV Celavides mit 12,45 Der 2. Platz geht an Sarah Linkel, SH Gerva, 11,87 Und der 3. Platz, Karl Wieshoffmann, SH Gerva, 11,54 Herzlichen Glückwunsch Es führt immer noch Tim Schläger, dass dieses Verfolgerfeld an Letztes Jahr 15. über die 2.000 Meter, dann ist es bei der Deutschen Meisterschaft in Mönchengladbach gewonnen Und jetzt kommt Philipp Reimert hier vorbei und überrundet die Verfolgergruppe 1 Kilometer ist jetzt noch drauf Das sind jetzt die Leute die Deutschen Meisterschaften Ja, das schafft ihr Jawohl 8 Kilometer, das ist die ganze Reste und der Technik für die Deutschen geschafft Und jetzt zieht sich hier auch das Feld der U18 und der U20 aus dran Franz Wold Einige Spezialist über kam von 500 Meter Sieht jetzt los Und der Straßenläufer kann nicht mehr mithalten Er lässt jetzt abreißen und Franz Wold Der macht jetzt gut Ja, das ist 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 gut Jawohl, und da kommt Franz Wold Ja, das ist gut 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 Ich bin Ja, das ist gut